Im Finale sind und auf die Blu-Tanks. Wer macht... ...bei der 149 PS-Tasse? Stattdorf freigegeben, die Blu-Tanks übernehmen die Führung. Und... ...die Blu-Tanks. Platz 1. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. Nummer 15. ... und herdehalbweg, ist Feikar Von Willen. Die Blackfighters. Unruh, unruh, unruh. Unruh, unruh. Der Kugel, der Nieder und das Heitag. Die erste Klasse. Diese Klasse, die zweiten Klasse, die drei Klasse. Die nächste Klasse. Die thicket, die Hände. Die Adler und Bluthex ins Vorteil. Diese Klasse, das ist die Klasse. Die zwei Klasse, die drei Klasse. Die vier Klasse, die drei Klasse. Die vier Klasse, die drei Klasse. Das ist der Wahnsinn hier im Hexenkessel von Grimmel.